Okay, da fangen wir an, wa? Och, weiter, sagen wir mal so. Mhm, Challenge. Okay, Spieleoptionen, wie sind Spieleoptionen, hey? Okay, das ist noch nicht das Problem. Okay. 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 Okay, probieren wir mal. Was probieren wir jetzt mal, auf was nicht klappt? Schauen wir mal. Das erste bitte. So. Also, wir haben jetzt eine Time Challenge oder was haben wir jetzt glaube ich gerade. Mal schauen. Mal schauen. Ich weiß, wie hier verschleppen wir schon durch, überhaupt. Ops. Egal, was ihr macht, wir gucken wir schlecht so durchkommen, lass mich gucken. ok noch mal noch mal neu starten dass wir austesten die lenkung ist recht kaum noch geht sofort weiter hier hier Das war jetzt erst mal gucken, wie schnell ich war. So. Sollen wir den zweiten machen? Wir schauen mal rauf zum nächsten. Ja, natürlich bin ich ready. Hä? Okay, also kann ich einen Dash machen, das ist aber doof. Okay. Ach so. Mist, aber auch. Okay, das ist... Ach, Scheiße. Das Dash Level schaue ich nicht mehr, das ist aber idel. Okay. Äh, neu starten. Das hätte ich besser hin. Time Attack sozusagen ist das ja. Gucken. Hallo, willkommen. Wir machen gerade den Bonus Level. Und zwar Time Bonus, weil ich mal reingucken wollte. Geht sofort weiter. Ah, geht doch. Oh, ist das für für das. So, aber geschafft. Hey. Hallo, hi, hi. Zweite Schauer plus 2 sind 4. Oh, das stimmt. Da sind aber 6 Minuten dran. Auf der dritten Runde. Ich hoffe auch noch locker. Bestimmt. Schau mal. Ich muss gerade mal was gucken. Ich hab mich gerade... Warte. Ähm. Ähm. Erstmal so. Ich glaub ich hab mich falsch eingestellt. So. So. Ne, doch nicht. Fast schon. Okay. Hau weiter. Zurück zum Spiel. Okay. Ups. Ich hab nicht so viel Zeit verbraucht. Gut. Ups. Nein! So müsste man auch. Nochmal. Ich fahre das Level 13 jetzt nochmal. Ich will das wenigstens noch schaffen. Und dann gehts weiter. So. Da haben wir nämlich 2 Phase-Kunden verbraucht. Also 5 Sekunden. Das ist viel. So. 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 Was noch? Und dann geh ich zum nächsten Level über. Also das macht schon Spaß, auf jeden Fall. Aber es ist, wie schon gesagt, megaband schwierig halt. So. Hops. Das ist gemein. Okay. Schwierig. Ich hoffe es ist nicht so schwierig. Mal versuchen wir das mal. Vielleicht klappt das hier besser. Wir müssen ja morgen gucken erstmal. Ich kann ja links und rechts laufen. Okay. Okay. Das war's für heute. Ähm, weiß ich, kommt noch nicht. Okay, ach so, okay. Run, there's two off. Hat er es geschafft oder nicht geschafft, ich weiß nicht, ist eigentlich alles zerstören oder was? Das fände ich blöd, ne? Okay, das war nur das erstmal. So, wir machen das Spiel jetzt weiter, ich hoffe es gespeichert hat, soweit es Rückseitspunkt gibt. Gucken wir mal, oder habe ich das falsch gemacht, hm, mal gucken. Was war das da, State, jetzt habe ich es schon, also das da, Starten, bist du sicher? Ja, ich bin sicher, natürlich bin ich sicher. Ja, stimmt, ich bin nicht sicher, oder? So, noch einmal, eine kleine Aufnahme. Ah. So. 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 Das ist übel. Ne, komm mal. Das ist für Liken. Das ist für Liken. Das ist für Liken. Ich bin mit dem Liken. Das ist für Liken. Das war's für heute. ARD Text im Auftrag von Funk Und ich frage mal, dass heute eine kleine Stage erst, ey, das ist schon heftig, dass es so heftig schwer ist, das ist echt schon heftig. Oh, ich fühl's so evil, guys, und beiden. Hey. Hey. Boah. Hart. Pyro. Oh, gott, gott, gott. Oh, was? Das ist übel. Oh, das ist echt übel. Flick, nicht, aber es sind viele. So schwer. Ja. Pyro. Pyro. Burn. The world must burn. Pyro, wait. Oh, weih, weih, was soll ich da machen? Oh, weih, weih, was soll ich da machen? Pyro, weih... Pol Dom. Okay Was 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 Heftig We We Schon wieder gleich Level Ja lass das aber Will ich es gar nicht sehen Ja Wie Mega Man ist das Das ist ähm Meist Nummer 9 Das finde ich nicht am Ende Das finde ich nicht am Ende das geht doch gar nicht so dass wir schaffen meine herren das ist übelst das war nur nicht der grund nicht wundern doch was ist ein mega mann wie wir ihn kennen hart aber das ist noch gut ja ja, Fyro ist ok Bring it on! Bring it on! Plus... Bring it on! No! Oh man! Oh man, no! So was. Ich mach' ganz kurz Pause grad mal. Ich muss mich auf's kümmern. Dann geht's weiter. Ein Augenblick bitte. Oh man, ja. Das ist ein ganz ruhig angehender Spiel, glaube ich, das Level. Auch wenn es schwierig ist, aber irgendwie gibt es immer Wege. So sehe ich das wenigstens. So, ich gehe sofort weiter, liebe Leute. Der geht auch raus. So, ich bin sofort wieder da. So. So, ich bin sofort wieder da. 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 So, ich binọt também in MOMMA5. So, ich bin heute hier還fliß. Ich fahren jetzt mal in Deutschland weiter, So, ich binhilfe in Eagle. Wenn du Secondarbeiter bist, Vielen Dank. 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 Bye. 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 Das war's. A fire-wielding robot running wild in an oil refinery. I don't like the look of this at all. Not exactly ideal conditions. I'll grant you that. Quickly now back. Locate Mighty No. 1. That's more like it. That's more like it. That's more like it. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Okay. Und so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und so, okay. Und so, okay. Okay, okay. So, okay. Und so, okay. So, okay. Das war's für heute. Und so, okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Das war's für heute. 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 Barsch. Oder? Barsch. Das war's für heute. Das war's für heute. Weil ich mich befestigt habe. Das ist jetzt so... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wieso komme ich da nicht hoch? Ganz ehrlich. Warum komme ich da nicht hoch? Verstehe ich nicht. Noch nicht vorletztes Leben. Die Erdnere war hier noch. Ein Leben habe ich sogar noch und zwei Leben. Mal gucken. Wieso? Ach mann! Oh mann! er kann nix machen, was soll ich da machen, ey, ganz ehrlich. Game over. Man kann nicht hoch springen so richtig hoch, kann man nicht springen? Und, äh... Das war Lichen. Okay, da kann man nichts machen. Okay, es reicht noch, erst mal für heute, ich werde auch noch versuchen.